ja herzlich willkommen zurück zu einem neuen video in diesem video gibt es mal ja wieder ein tech video ich wurde geteckt vom lieben michael speyer und zwar zu dem alles ist möglich tech und ich würde sagen wir labern nicht lange rum und fangen direkt an mit der ersten warum ist mein ton an von meinem anderen hier wenn das muss ich kurz ausmachen weil das nervt sonst also frage nr 1 angenommen eine außerirdische lebensform besetzt die erde und fragt ausgerechnet dich was sind filme welche würdest du ihnen als erstes zeigen also ich würde es für eine gute idee halten in außerirdischen so filme zu zeigen wie alien oder independence day wäre doch eine super idee na scheiße die idee ist irgendwie geht nicht aus dem kopf raus also was würde ich eine außerirdische lebensform zeigen natürlich kriegsfilme dann die alien filme wo man sieht wie die menschen die aliens töten ist auf jeden fall eine tolle idee nein ganz jetzt mal spaß beiseite ich würde ein alien eher so freundlichere filme zeigen weil man also sprich wo wenig gewalt ist aber nur aus dem moment weil es ist ein alien okay also ein außerirdische ein motherfucking alien jetzt stellt euch mal vor ihr zeigt ihnen filme wie was weiß ich sagen wir mal was kann man denn sagen was weiß ich so horror film mäßig wie chucky jason oder so und die gucken sich das ab und fangen auch an zu morden weil sie haben das im film gesehen und vorher haben sie ja so eine filme nicht gesehen also das da wäre ich ganz vorsichtig deswegen wollte ich also in filme zeigen die kinderfreundlicher sind oder zumindest action also sprich wo man wo man das gute ist also sprich spiderman der gute kämpft gegen den bösen ist der denn es läuft schief und die aliens entscheiden sich okay gegen den bösen wird gekämpft wir sind jetzt auch böse wäre scheiße aber wie gesagt auf jeden fall filme mit wenig gewalt oder besten mit kaum gewalt und auf keinen fall alien film wie gesagt das war nur ein spaß weil das kann wirklich richtig nach hinten losgehen frage nummer zwei du musst für unbestimmte zeit in einen abgeschotteten schutzbereich untergebracht werden welche eine edition nimmst du mit also ich habe lange überlegt weil ich habe ja gar nicht mal so viele editionen und darf nur eine mitnehmen ich habe überlegt zwischen fluch der karibik die triologie die quadriologie die ich habe mit allen vierten teilen fast für jetzt mit 15 teilen vielleicht auch eine serie wie southpark weil da kommt man immer mehr weiter das ist ja auch eine edition also eine collect of edition collect ihr wisst was ich meine aber ich habe mich tatsächlich von nightborne m street entschieden für die edition einfach nur weil man hat alle sieben teile die man noch mal sehen kann und plus an manchen dvd sind noch mal extra eine dokumentation da drauf also man hat deutlich mehr so viel zu gucken und deswegen würde ich mich wahrscheinlich von nightborne m street entscheiden frage nummer drei für welchen film würdest du gerne einmal einem audio kommentar aufnehmen da gibt es nicht nur ein film also ich würde gerne mal zu harry potter was machen oder zu den alten universal film würde ich auch mal gerne was sagen wie zum beispiel frankenstein oder der schrecken von amazonas unsichtbare und 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 aber ganz kurz zu dieser reihe wegen audio kommentar ich plane momentan eine video reihe auf meinem kanal die wird allerdings wahrscheinlich erst starten wenn ich irgendwann mal mit gut zilla fertig bin weil gut zilla kommt also geht bald weiter keine sorge ich habe schon zwei kritiken gedreht einmal zu frankensteins kampf gegen die teufelsmonster und frankensteins höllenbrut man muss ja aufpassen da mit den ganzen titeln hier also die beiden kritiken sind schon fertig gedreht aber halt noch nicht hochgeladen und die videoreihe die starten möchte ist marvin wird alt warum ganz einfach ich habe schon sehr viele filme aus meiner kindheit gesehen wo ich heute zu mir denke warum mochte ich die filme damals eigentlich und ich würde gerne daraus eine video film reihe video reihe machen wo ich mir ein film aus meiner kindheit angucke den ich in meiner kindheit über alles geliebt habe und dann per kritik herauszufinden okay warum habe ich den damals so geliebt wo ich jünger war warum finde ich den heute noch geil oder warum finde ich den vielleicht auch heute gar nicht mal mehr so gut das würde ich halt per video reihe machen und deswegen nenne ich sie auch marvin wird alt weil ich bin ja nun mal älter jetzt mittlerweile und ja ihr könnt ja auch vielleicht einen anderen namen in die kommentare schreiben falls ihr sagt der haben haben wird alt nimm lieber einen anderen namen dann schreibt einen anderen namen in die kommentare und ich habe wie gesagt auf die video reihe habe ich auf jeden fall bock dann frage nummer vier welche geschichte habe ich jetzt frage drei also frage nummer vier welche geschichte oder buch würdest du gerne noch verfilmt sehen tatsächlich eher kein buch wo ich sage okay den möchte ich verfilmt sehen weil es davon schon eine verfilmung gibt aber eine neue verfilmung würde ich davon mal sehen wollen und zwar misery weil ich meine warum nicht misery selber ich habe mir den film jetzt eigentlich mal angeguckt und der ist anders also der film ist wirklich anders anders krank also da ist shining teilweise ein witz dagegen was da ab geht mit der frau also heilige scheiße also würde ich gerne mal jack torrens und die frau im einen sehen das ist wäre ein perfektes duo auf jeden fall frage nummer fünf bei welchen film wärst du gerne bei den dreharbeiten dabei gewesen und hättest du geändert da gibt es auch wieder viele ein paar habe ich sogar hier rum liegen das könnte ich ja mal kurz zeigen bei ring 2 hätte ich was geändert weil ich finde es cool dass man mehr hintergrundstorys zu zimmera hat aber dennoch ist es ein bisschen schade umgesetzt bei texas chance massaker 4 würde ich ein bisschen was ändern wie zum beispiel ein bisschen was an der brutalität auch dass man leider face nicht mehr so eingeschüchtert sieht ich meine er lässt sich von der frau zusammen schreien ich meine im ersten teil hätte er die frau noch zersägt im vierten teil plötzlich hängt er da eingekauert auf den sessel nachdem die frau gesagt hat er soll sich da gefälligst hinsetzen und da denke ich mir so damit leider face los und bei annabelle 1 hätte ich auch noch mal was geändert und zwar dass man eher auf gruselfaktor geht statt auf kills weil der film annabelle 1 hat auf jeden fall ist er mehr für mich persönlich eher so ein slasher da ist halt zwei und drei schon eher mehr grusel frage nummer 6 welche rolle hättest du er mit deinem lieblingsschauspieler umbesetzt ehrlich gesagt gibt es eigentlich kaum eine wo ich jetzt sage aha ich meine ja gut also vielleicht hätte man bei predator teil zwei nicht den dunkelhäutigen sondern vielleicht wieder an und schwarzenegger sehen können so das hätte ich wirklich gefeiert ich denke mal das ging zeitlich nicht vielleicht hatten sie es ja auch geplant weil wenn schwarzenegger hat ja den ersten teil überlebt und man hätte ja dann direkte vorzeit zu machen können da das predator jetzt in die stadt gekommen ist und schwarzenegger also das verhindern muss dass der predator jetzt auch in der stadt tötet aber leider hat man das nicht gemacht also das hätte mir wirklich gut gefallen aber so wirklich ein film wo ich jetzt sagen ja da hätte der nicht reingepasst habe ich jetzt eher weniger frage nummer 7 welchen film hättest du dir von einem anderen regisseur gewünscht tatsächlich und dafür werde ich jetzt wahrscheinlich gehatet aber wirklich großes aber an einem street 3 weil der ist ja nicht direkt von russ craven und ich habe wirklich gewünscht dass der wirklich mit russ also von russ craven ist also dass er wieder da die regie geführt ich dachte auch die ganze zeit er hätte da regie geführt aber das stimmt gar nicht er war dann sobald ich weiß nur produzent oder drehbuchschreiber irgendwas war da da aber regie hatte nur im ersten und im siebten teil geführt deswegen teil 3 hätte ich mir auch noch von russ craven gewünscht wenn er da sowieso schon ein bisschen was mit dem film zu tun hätte hätte man auch ruhig sagen können ja hier du kannst regie führen aber leider wurde es ja nichts aber frage nummer 8 welchen b-movie würdest du gerne als teuren a-movie hollywood produktion sehen tatsächlich sharknado weil die idee hinter sharknado ist nicht mal schlecht es wirklich nicht ist es halt fast wie tremors nur halt dass tremors erstens teurer produziert ist und ein bisschen besser ist ist wohl klar aber ich finde die idee nicht schlecht dass haie per tornado sozusagen angespült werden nur leider ist es halt b-movie und deswegen sieht das meistens immer so lächerlich aus hat ein b-movie so an sich so und dann noch mal die frage andersrum und zwar bei frage nummer 9 welchen teuren hollywood film würdest du gerne als b-movie produziert sehen da fällt mir eigentlich gar kein rein also den dann ich meinte dann ist so schlecht da würde sogar nicht mehr auffallen wenn der b-movie ist also ne ich glaube so viel budget hatte der auch gar nicht gehabt den dann also ich glaube da war conjuring teurer conjuring 2 als jetzt selber den an ich will mich jetzt allerdings nicht so festlegen ich gucke im internet sowieso nicht nach wie viel budget hatte das wie viel budget hatte der und so so und die letzte frage schon oder es ging sogar relativ schnell alles ist möglich was für einen film würdest du drehen wenn du komplette kreative und finanzielle freiheit hast nenne djore kurzen plot angabe und auf wunsch noch besetzung oder den titel ich hatte tatsächlich meinen albtraum gehabt das ist schon lange her aber ich kann mich noch daran erinnern da habe ich sogar noch im braunschweig gewohnt da ist eine mitschülerin von mir ums dem gekommen nachdem wir was waren das glaube da hatten wir hausaufgaben gemacht zusammen da ist sie nach hause gegangen wurde vom auto angefahren oder umgefahren und ist halt gestorben und ich war halt in der lage sie hatte ihren geist zu sehen und eigentlich war sie freundlich der geist aber immer mehr wurde negativ von ihr geredet und das hat sie selber ziemlich sauer gemacht und daraufhin hat sie rache geplant an allen die sie jetzt natürlich verspottet hat wollte sie töten und ich war halt der einzigste der es halt verhindern kann weil nur ich ja sie als geist sehen konnte allerdings sobald sie sobald ich versucht habe irgendwas zu verändern irgendwas hat sie mich auch körperlich angegriffen in den traum natürlich und da habe ich natürlich auch verletzungen sind zugefühlen davon getragen mehr weiter weiß ich auch gar nicht mehr ich glaube der traum hätte auch so dass ich irgendwie geschafft habe doch irgendwie ihr geist sozusagen von der erde zu erlösen also sprich dass sie frieden findet aber dennoch sind halt viele viele opfer so viele leute zu tode gekommen unter anderem auch gute kollegen von mir die im traum auf bestialische art und weise getötet wurden und das wird dann eher so genre horror und bisschen psyche weil ich weiß noch im traum und auch nachdem ich aufgewacht bin habe ich mir so gedacht alter was habe ich da gerade geträumt heilige scheiße und wie gesagt das ist kein scherz das habe ich wirklich geträumt da war ich vor wie alt war ich glaube da war ich zwölf jahre alt da habe ich sowas schon geträumt und ich kann mich wirklich noch so daran erinnern weil das das ist wow also der traum ich hätte wirklich wenn wenn ich könnte ich würde den so gerne verfilmen einfach weil der ist vorhin keine scheiß idee aber leider wird es halt nicht möglich sein weil erstens fehlt mir hier der grips dazu um risse shirt zu werden und zweitens müsste ich dafür auch noch studiert haben und da muss ich noch dies machen und da brauche ich abitur also wie gesagt studieren und das weiß ich noch alles also mal gucken vielleicht hat hier irgendwer gute verhältnisse zum risse shirt er kann ja mal davon reden weil ich meine deutsche horrorfilm der vielleicht nicht mal scheiße ist ja dann war es eigentlich auch schon für dieses video ich bedanke mich fürs zuschauen und ja wem tagge ich also wie gesagt ich wurde von michael speyer getaggt und ich tagge jim hetmes ich habe auch schon mit ihm gesprochen sein antwort war nur okay also denke ich weiß es okay wenn ich ihn tagge und da bin ich mal auf seine antworten gespannt also ein paar fragen hier da kann auf jeden fall mehr zu sagen als jetzt ich so grob aber ich habe ja eigentlich auch so gut wie alle fragen beantwortet nur ich muss das jetzt nicht irgendwie unnötig in die länge ziehen wenn ich nichts mehr zu sagen habe zu einer frage brauche ich auch nicht mehr darauf eingehen gut wie gesagt ich tagge jim hetmes ich bedanke mich dann auch herzlich fürs zuschauen und ciao